Herzlich willkommen, meine Zuschauer, zu unserem sechsten Wortwechsel von der ALMS. Wir haben heute drei Gäste, die ich auf einen letzten Gast warte, aber wir fangen an. Werner Gartemann, Geschäftsführer von der ALMS. Nicola Sitta aus London, Professor für Technische Biochemie und im Vorstand der ALMS. Wer noch kommen sollte, ihr habt es wahrscheinlich auch angekündigt, ist Lukas Reimann, Präsident der ALMS, Jurist. Die drei Leute sitzen ein bisschen an einem anderen Ort. Werner ist in Lutherbrunnen, wo es wahrscheinlich noch schön weiss geworden ist. Und Nicola Sitta sitzt in London. Noch wenn er in die Schweiz wieder einmal für eine Reise kommen würde, es ist kompliziert mit all den Corona-Tests und so weiter. Aber mit Zoom sind wir ja hier alle zusammen. Ich bin Tom Meier, komme aus Belp, ich mache für die ALMS Online Kommunikation. Wie immer im Wortwechsel könnt ihr auf eine Mail gewisse Fragen, Antworten oder Beobachtungen mailen. Wir versuchen das aufzunehmen in unserer Diskussion. Wir haben jeweils schon ein paar Mails im Vorfeld, die wir sehen. und wir möchten so ein wenig interagieren mit euch. Das Mail heisst wortwechsel-at-alms.ch wortwechsel-at-alms.ch So, in London. In London hat es auch in den letzten zwei, drei Tagen keinen Schnee. Ich würde gerne mich an, Nicola. Ja, ein Grüezi miteinander. Ich freue mich wieder bei euch zu sein. Das ist richtig. Der Schnee fehlt da. Es ist allerdings pünktlich auf Ostern hin dann wieder kühl geworden. Also wir hatten auch einen Temperatureinbruch. Also nicht eine Art, wir hatten auch einen Temperatureinbruch. Und am Montagmorgen hatte es ein paar so etwas wie Schneeflocken. Wir waren aber nicht ganz sicher, ob das ein weisser Staub ist oder wirklich Schneeflocken. Auf jeden Fall angesetzt hat nichts. Und dann kurz daraufhin haben wir dann erfahren, dass der Schnee gekommen ist, eben auf dem Kontinent in der Schweiz. Ein Tag später, glaube ich, bei euch. Also ja. Ja, jetzt war es heute schön und jetzt wieder durchzogen kalt. Nebelig. Nein, nicht nebelig, bewölkt. Jawohl. So sieht es etwa da aus. Ihr habt auch Ostern gefeiert und alle zu Hause, nehme ich an, oder? Also wie ist es mit Lockdown und... Ja, also... Ja, also... Man sieht es vielleicht der Frisur an. Die Coiffeure sind erst kürzlich aufgegangen. Ähm... Ja, das kann man vielleicht sagen, das ist in der Schweiz. Also wir haben da... Ähm... 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 Und Ähm... Also wir haben keine andere Probleme jetzt. Und also wir haben keine andere Probleme jetzt. Mehr Gender-stände sind ganz wichtig. Ähm... Dare for the future ist ganz wichtig. Alles andere ist nicht so wichtig. Aber manchmal ist . Der Gott muss noch raus. In der Molina, weiss ich nicht mehr, in welcher Zeitung, hat eine theologische Kommentar geschrieben, wo er erklärt, Schweiz ist definitiv kein christliches Land. Sie sind vielleicht früher geschichtlich ein bisschen christlich orientiert, heute nicht mehr. Heute müssen sie offen sein für alles. Es ist nicht mehr alles so selbstverständlich, in der Schweiz, schauen wir, wofür das so bleibt. Ich habe in Ostern verbracht, sehr ruhig. Mit Eierfärben, das ist die Tradition. Das ist eine riesige Übung. Man hat 60 Ostereier gefärbt. Die Hälfte wird zu meinem Leitwäser aber gleich verschenkt. Es hat also nicht mehr viel rum. Und die Leute zu Hause, die Familie lesen, ruhig, machen ein bisschen rumhängen. Sicher nicht ins Dessin runterfahren, im Stress und mit der Maske auf der Piazza rumlaufen. Also wenn du in Mathe bei Interlack ins Dorf gehst, lädst du die Maske an? Nein, muss ja nicht. Bei uns musst du nicht. Du musst nur in den Bahnhöfen, in den Läden rein, aber sonst nicht. Es gibt Leute, die mit Maske spazieren und es gibt Leute, die die Maske auf dem Velofahren, aber den Helm legen sie nicht an. Wobei ich muss sagen, es war ja sehr bissig und sehr kalt. Dabei auch zwei, drei Mal aufs Velofahren. Also die Maske, habe ich nicht mehr so belegt, wäre vielleicht noch ein Vorteil, sie sind als Kältenschutz. Aber sie ist nicht als irgendwie Virenabfang. Stimmt, da. Ja, May, heute ein paar Themen sind, es sind Themen, die sich bei AUNS, die AUNS eigentlich ihren Zweck hat. In der Wertung, es werden weiterhin nicht extrem, gerade Themen sind rund um Corona und Impfung und Wellimpfung und warum. Wir möchten uns auf unsere AUNS-Themen konzentrieren im Wortwechsel. AUNS steht für Freiheit, direkte Demokratie und Neutralität vor Schweiz. Und das sind die Themen, die wir euch auch einladen können, auf www.wortwechsel.aunse.ch Beobachtungen reinzmailen oder Fragen oder auch, wenn ihr gerade Bezug wollt, auf etwas, was wir hier diskutieren, einfach frisch drauf los. www.wortwechsel.aunse.ch Im Moment haben wir ein grösseres Bundesratsreis auf Brüssel, das nächstens stattfinden soll. Irgendwie hört man das etwa in einer Woche. Wir werden der Bundesrat am Mittwoch dann wieder versuchen zu einigen, wie machen wir das mit Brüssel, was, welches Mitbringsel gehen wir jetzt denen noch bringen, dass wir endlich den Rahmenvertrag unter Dach und Fach bekommen. Und man spricht vom Bundespräsidenten Parmelin, vom Bundes- Wissenminister Gassis, von Justizministerin Karlin Keller-Sutter, die drei sollen auf Brüssel fliegen und noch ein paar Schrauben dort versuchen zu drehen am Rahmenvertrag, dass man dann endlich unter das Dach bekommt. Was ist davon zu halten? Also wir hatten zu lange das Gefühl bekommen, dass das Rahmenabkommen tot sei. Es hat keine Chance mehr. Plötzlich ist jetzt die Bewegung gekommen. Wir haben immer gewarnt, wir haben immer gewarnt davon, tot ist das Abkommen erst, wenn wir beim Leichenschmaus im Abbau anstossen, so weit sind wir noch lange nicht. Es hat jetzt Anzeichen gegeben, der französische Wirtschaftsminister in der 19z Aufschlussreich sind die UK vor kurzem, als er sagt, die Verhandlungen, wenn man von Verhandlungen sprechen will, zwischen der EU und der Schweiz müssen deblockiert werden. Und auch die EU muss auf die Schweiz zukommen, es müssen auf beiden Seiten Kompromisse gefunden werden, weil beide Seiten brauchen aneinander und beide Seiten profitieren von so einem Rahmenabkommen und das zeigt, hier ist die Bewegung im Hintergrund und wenn das Paris sagt, Paris ist nicht ganz unbedeutend in der EU, er hat schon gesagt, es sei die Sache von der EU-Kommission, aber das wissen wir alle, dass Paris da hinten durch figurieren kann, da läuft etwas. Auf eines nicht vergessen, die Franzosen sind natürlich unglaublich geschickte Politiker und Diplomaten, es ist natürlich auch gesagt worden, es wäre super, wenn die Schweiz zerabfällt, das Kampfflugzeug überkaufen, sei es das beste Angebot für die Schweizer Armähne, die Technologietransfer ausbauen, zwischen Frankreich und der Schweiz, die heute bereits bestehende intensive Wirtschaftsbeziehungen intensivieren, also da läuft etwas, die Franzosen werden ihr Flugzeug ausverkauft und gleichzeitig fügen sie dafür, wir helfen euch Schweizer, dass wir zu einem Kompromiss über den Rahmen nachkommen, und das ist bedrohlich, das ist etwas im Gang. Die Frage ist einfach, was der Kompromiss ist, wir wissen ja, dass der Bundesrat Frau Löyer nur mehr geschickt hat, zu sagen, schaut, dass wir ein bisschen Präzisierungen bekommen bei drei Punkten, dass wir die Unionsbürgerrichtlinie nicht sofort übernehmen müssen, dass wir die flankierenden Massnahmen behalten dürfen und dass wir die Subventionen bei unserer Subventionspolitik behalten können. Das sind für uns nicht die Hauptprobleme. Das Hauptprobleme ist die Unitätsfrage und dort verbunden ist der Gerichtshof der Europäischen Union, dass der schlussendlich das Recht ausleiht und das müssen wir nachher übernehmen und das wird unsere Demokratie, Mitbestimmung und unsere Gerichtsbarkeit tangieren aufs Schärfste. Über das will man nicht reden. Der Bundesrat hat gesagt, die Sumitärsfrag klangen aus. Also wir gehen davon aus, der Bundesrat, es ist noch peinlich, dass man drei Bundesräte vorstagen, drei Bundesräte müssen auf Brüssel kommen zum Abschluss von dem Abkommen, das mit sieben Jahren dran ist. Das ist ja Anfeinlichkeit nicht zu übertreffen. zu befürchten ist, dass man nach Hause kommt und sagt, jawohl, die EU ist uns wieder entgegen gekommen, das macht EU immer so, wenn man beim Brexit kommt, kommt entgegen, dann wird man nach Hause kommen und sagen, voilà, wir haben es geschafft, wir haben es durchgesetzt, dann kommt das Rahmenabkommen, das Parlament geht schnell. Und was man auch noch merkt, die EU-Turbos, also unsere, die um das verrecken, die EU wollen, sind wahnsinnig aktiv geworden, die wollen das EU-Rahmenabkommen, weil sie genau wissen, das ist das Eintrittsticket für einen vollen EU-Eintritt. Also, ich möchte einfach unsere Mitglieder und auch Zuhörerinnen, die Zuschauer, die Zuschauer, auch davon warnen, die Frau Locken zu kriegen, das Rahmenabkommen ist überhaupt nicht vom Tisch. Und darum haben wir jetzt auch so Fähne gemacht, wo man am Balkon kann man 25 Franken inklusive versammt uns kosten, bestellen, bestellen das Zeug, hängen das Zeug auf, damit man nicht noch mehr Konzerninitiative sieht und CO2 vorhanden gesetzt, sondern dass man die Fahne auch sieht. Das Rahmenabkommen ist eine entscheidende Abstimmung, das ist eine strategische Weichenstellung für uns lang. Also, du sagst, wenn das Rahmenabkommen mal, wenn wir was mal haben, dann gibt es keinen Weg zurück mehr. Nein. Einbahnstrasse in die EU. Ich möchte mit dem Einbahnstrasse in die EU Jetzt müsst ihr einfach mal zur Kenntnis nehmen, die Bundesnacht hat es akzeptiert, in den Verhandlungen, den Artikel 22 vom Abkommen, das ist der letzte Artikel vom Abkommen, dort ist eine Super-Giottinen- Klausel eingebaut. Die sagt, wenn die Schweiz nicht spürt, wird im schlimmsten Fall das entsprechende Abkommen gekündigt. Zum Beispiel die EU verlangt, die Unionsbürgerichtlinie, die den EU-Bürger gleichstellt wie den Schweizer Bürgern, vor allem vor der Sozialversicherung, müsst ihr jetzt übernehmen. Wir landen vor dem EU-Gerichtshof und der EU-Gerichtshof sagt, jawohl, das ist Binnenmarkt relevant, das müsst ihr jetzt übernehmen. Die Schweizer sagen einen Abschied Nein, wollen wir nicht. Dann kann die EU einseitig sagen, wir können Personenfreizügigkeitsabkommen, wäre ja noch cool. Aber in dem Artikel 22 haben es gestellt, wenn ein Abkommen, das im Rahmenabkommen unterstellt ist, gekündigt wird, werden alle anderen Abkommen automatisch gekündigt und das Rahmenabkommen wird auch gekündigt. Im Moment wären das fünf Abkommen. Das ist an sich schon ein Pressungspotenzial genug. Im Anhang des Entwurfs zum Rahmenabkommen ist eine Erklärung, die man sagt, nach Inkrafttreten des Rahmenabkommens wollen wir relativ rasch das Freihandsabkommen von 1972, das grundlegendes Abkommen ist für die Schweiz für den Zutritt zum EU-Binnenmarkt, muss man modernisieren mit der Absicht, dass man das Freihandsabkommen auch am Regime des Rahmenabkommens unterstellt. Und wenn ein Strom-Energieabkommen kommt, wird das auch am Rahmenabkommen unterstellt. Also nochmal zurück, wenn jetzt ein Abkommen gebündet wird, weil die Schweiz nicht spuert, würde das Freihandsabkommen wegfallen und womöglich noch das Energieabkommen auch fort fallen. Also wir hätten alle Abkommen, die uns irgendwie zutritt zum EU-Binnenmarkt Währleisten würden wegfallen. Jetzt geht mal mit dieser Drohung, und wir kennen das aus der EU-Politischen Abstimmung, es wird immer gedroht, von Schweizer Bürger. Stell euch jetzt mal vor, wir gehen mit dieser Drohung vor das Volk und sagen, ja, ihr könnt schon Nein sagen, liebe Schweizerinnen Schweizer, aber wir wieder Nein sagen, verlieren wir alle Marktzutrittsabkommen. Das ist der Tod der Direkten Demokratie. Da gibt es gar keinen Weg mehr zurück. Die Supergötinnen und der Gerichtshof der EU, das sind Hauptprobleme. Leset den Artikel 22 Abfest, auf unserer Homepage könnt ihr das Abkommen abgelassen. Darum kein Zurück mehr. Das Abkommen ist eine Sackgasse. Der Kalender, der bei dir Nicola Arwand hangt, hinten dran, der erklärt das in einem Bild schön, präzise und erklärt. Ja, ich habe ihn jetzt wieder aufgehängt. Das ist immer noch mein Kalender von 2020 und das ist das April-Bild. Von dem her passt es wenigstens vom Monat. auch wenn es nicht ganz vom Jahr her passt. Ich habe auch in den Nachrichten, also Schweizer Nachrichten, die ich lese, den Eindruck bekommen, dass das Rahmenabkommen plötzlich vom Tisch ist und jetzt dann doch wieder nicht. Ich frage mich natürlich, ob jetzt die Frage von mir in die Schweiz ist, ob das so ist, dass die EU-Befürworter merken, dass wenn das EU-Rahmerabkommen nicht kommt, ist dann die EU-Pro-EU-Bewegung dann wirklich öppenfettig, dass es quasi ihre letzte Chance ist, zum nochmal die Schweiz integrieren in die EU, ob das auch vielleicht eine Durchschlusspanik ist für das Pro-EU-Lager. Was ist da euer Eindruck? Ich würde das unterstützen. Also einerseits wissen Sie, dass EU-Rahmerabkommen ein Brandbeschleuniger Richtung EU-Beitritt auf der anderen Seite können wir das nicht gewinnen, können wir einen wichtigen Integrationsschritt, weil wir übernehmen ein massives EU-Recht und sogar die Rechtsprechung vom Gerichtshof der EU, können wir einen weiteren massiven Integrationsschritt nicht machen. Und das weiss ich natürlich, weil das hat der damalige Ponserat Kuspain schon gesagt, der Schweizer wird eines Tages erwachen und feststellen, wir sind in der EU und haben den Beitritt noch nicht gemacht, weil wir übernehmen so viel jetzt und mit den vorhandenen bilateralen Abkommen, vor allem mit den bilateralen S2 übernehmen wir so viel EU-Recht. Es ist nicht alles lebensbedrohlich, ob jetzt eine Schraube die EU-Norme hat oder die Schweizer Norme hat, ist es gleich, und ob der Traktor 40 statt 30 WC zu erfahren, das ist unabhängig keine Frage, aber wir werden immer umschlungener von dieser Kraken. Das ist natürlich eine Taktik von Mailbefürwortern, das Land scheikenweise, weil wir wissen, dass die EU-Beitritte direkt EU-Beitritte hat keine Chance beim Volk, bei den Kantonen, für Scheibchen um Scheibchen abschneiden, bis einfach von dieser Salami-Spice nicht mehr rum ist, und dann zack, bunt treiben wir sein. Werner, du hast vorhin Herrn Le Maire erwähnt, Wirtschaftsfinanzminister von Frankreich, er nimmt das Wort Gesamtgleichgewicht ins Mund. Also Gesamtgleichgewicht heisst ja zum Beispiel auf gleicher Augenhöhe wie zwei Parteien, aber meint er nicht das Gleiche wie wir? Ich meine, ist das einfach eine Verständnisfrage? Gesamtgleichgewicht? Schönes Wort. Ja, das ist französische Diplomatensprache in Deutsch übersetzt, oder? Ich meine, er gibt immer so zu verstehen, er wird immer fast sympathisch, oder? Er sagt, an den Tagessatz zu wem her da? Das ist der EU-Botschafter in Bern, der Name ist Petros Mabaromigualis, klar gesagt kann, die Schweizer stimmen nicht eigentlich. Für uns ist der Franz Karten der Schweizer Regierung, Bundesrat, warum die ein Abkommen, das wir jetzt ausgehandelt haben, das fertig verantwortlich ist, warum gebt ihr das in die Konsultation, warum macht ihr eine öffentliche Debatte? Das macht man doch nicht. Wir sehen auch, wie die Demokratie funktioniert. schliessen von Regierung zu abkommen abschliessen. Die meisten europäischen Völker haben nicht darüber abstimmen, ob sie der EU beitreten oder ob sie der EU wollen. Aber es klingt irgendwie so sympathisch. dass es blockiert wird und die EU wird auf die Schweiz auch zukommen, wir brauchen beide und beide werden profitieren. Das ist wie bei den Brexit- Verhandlungen. Z2 ist hart, der Botschafter in Bern ist hart, er spielt noch die harte Nuss und die Franzosen, weil sie natürlich auch noch Flugzeuge verkaufen, Rüstungsgüter verkaufen, sind eher ein bisschen lockvogelmässig unterwegs. Vielleicht ist das die Balance, ich weiss es nicht. Vom Alois Alois Schranthofer aus Rickenbach Sulz. Haben wir ein Mail bekommen, er sagt, er sei gegen den Rahmenvertrag, zu einseitig abgefasst und er sagt sehr klar, die EU ist die grösste Diktatur, die Europa je miterleben musste und er sagt Rona nein, es sei die dümmste Diktatur, wer für einen solchen Vertrag ist, offenbart seine Bildung und Einstellung zur noch demokratischen Schweiz. Also er sagt einfach, wenn man durchdenkt, kann man einfach nicht für den Koloss sein, namens EU. Und Herr Schranthofer, übrigens auch mit der Esti Gassmann von Düberdorf, der sagt uns auch noch in einem kleinen Gruß. Merci Auns für ihre wichtige Arbeit, die sie macht. Merci. Ich gebe mir gerade die Geschäftsstelle hinterher und den Vorstand. Ja, danke. Gut, gestern, 7. April, gab es einen Kommentar Guided Takes Media, also Tagi, Baz, Bund, BZ und so weiter. Es ist wichtig, dass man jetzt ein bisschen über Souveränität diskutiert, und zwar ohne Scheuklappen. Und es kommt so die übliche, die schon lange gehörte Meinung kommt führen, die EU und der Rahmenvertrag, der bringt doch neue Möglichkeiten, von Anfang an mitreden zu können, wenn die EU Gesetze macht, die wir dann übernehmen. Anders als heute könnte sich die Schweiz gegen Willkür wehren und am Ende vielleicht sogar Recht bekommen. Ist das so? Ja, das ist richtig. Es ist tatsächlich vorgesehen im Vertrags- und Abkommensentwurf dass die Schweiz bei Ausschaffung von neuem EU-Recht mitreden kann. Dass sie dort angehört wird. Das wäre darzächliche Fortschritt. Aber sie kann nicht mitbestimmen. Sie ist nicht mitgegeben. logisch. Sie kann schlussendlich nicht an einer EU-Richtlinie oder Kuckuck zustimmen. Das ist schon mal abgeschwächt. Ich muss heute schon schauen, wie die Kräfteverhältnisse in der EU sind. Das ist vor allem Frankreich, Deutschland und vielleicht Neu-Ital und so das bestimmen. Und logisch, wenn die Schweiz nicht spürt, wie ich gesagt habe, der Worst Case wäre, wir können dort abkommen und mit dem das ganze Rahmen abkommen. Es gibt aber natürlich auch die Möglichkeit, dass die Menschen sagen, wir strengen gewisse Ausgleich-Massnahmen. Wir sagen dem Schikaner gegen Schweizer und die können man nachher ob sie gerecht sind. Das kann man weiter ziehen, weil es auch von Barobis zum Gerichtshof zahlt. Das stimmt auch, Möglichkeit zu bezahlen. Aber machen wir uns keine Illusionen. Wir haben diverse Beispiele, in denen Länder vor dem Gerichtshof der EU geschlissen werden. Und am Schluss kommen sie aufs Dach rüber. Und eines dürft ihr nicht vergessen, wir das Gericht anerkennen von der Gegenseite. Das wäre wie ein Schiedsrichter FC Basel oder FC Zürich, wo der Schiedsrichter aus Basel kommt. Das geht nicht. Also nur ein Basler Schiedsrichter wäre, der nur für Basel würde pfeifen. Das geht einfach nicht. Das ist auch logisch aus EU-Sicht. Der EU-Gerichtshof muss ja schauen, dass das EU-Recht durchgesetzt und einheitlich angewendet wird. Nicht Schweizer Recht. Für das ist ein Ausgang immer im Sinne des EU-Rechts Entscheiden. Das sind die zwei Gegenseiten. Die Schweiz hat unter dem Wort Souveränität Verständnis etwas sehr anderes als die EU. Ich möchte schnell noch Lukas Hallo sagen. Hallo Lukas. Hallo miteinander. Entschuldigung für die Verspätung. Alles klar bei dir? Alles bestens. Alles bestens. Ich kann mich nur vom schönen Wetter laufen späten. Also tut mir wirklich leid. Also jetzt bist da. Schön. Schön werte Poli. Ja. Hallo Lukas. Nikola, der Journalist aus Brüssel schreibt für die Textmedien sagt zum Thema Souveränität gerade kleinere und mittelgrosse Länder wie Luxemburg oder Österreich sehen durch die Mitgliedschaft im Klub ihre Souveränität massiv gestärkt und abgesichert. Würdest du sagen, ja, so ist es? Ja, ich würde gerne mal wissen, was das denn für konkrete Beispiele sind für Österreich und Luxemburg. Das wäre meine Gegenfrage, wo dann da Souveränität bestärkt worden ist. Ich möchte aber noch mal darauf zurückkommen, jetzt auch ja eigentlich das gleiche Thema, aber eben Schweiz und Souveränität und Möglichkeit vom Mitreden. das ist sicher so, wie das der Herr Gartemann ausgeführt hat in Bezug auf den Vertragstext. Aber bei den faktischen Machtverhältnissen sieht die Situation wirklich ganz anders aus. Es ist ja auch Grossbritannien unter Premierminister Cameron nicht gelungen, der EU gewisse Änderungen für Grossbritannien rauszuholen in Bezug auf Personenfreizügigkeit, gewisse Immigrationskontrolle, das war ja nicht möglich. Also ich will einfach darauf hinweisen, das zweitstärkste wirtschaftliche Land damals in der EU hat auch keine Veränderung für sich selber rauszuholen, wo es wirklich für Grossbritannien wertvoll gewesen wäre und die Regierung eigentlich wollte. Also gerade weil die Regierung Cameron damals so kläglich gescheitert ist, nachher ist dann der Brexit oder die Abstimmung unausweichlich geworden. Also da sieht man, wie die Machtverhältnisse dann wirklich real sind. Ich sehe einfach nicht, nicht wie kleine Länder, die von der Bevölkerung her, von der Anzahl Sitz, die sie im Parlament von der Anzahl überhaupt Sitz, die sie vielleicht im EU-Rat etc. wirklich grossen Einfluss nehmen. Also ich halte das für eine Illusion. Wir haben doch kürzlich von Sebastian Kurz von Österreich einen Kommentar zu unserem Status in der Schweiz bekommen. Möchtet ihr euch erinnern, was hat Herr Kurz gesagt zur Schweiz? In Sachen EU-Mitgliedschaft? Ja, nein. Er hat uns empfohlen, bleibe ausserhalb der EU, weil ihr seid flexibler, eher besser. Wenn Herr Kanzler Kurz das sagt, wieso wird Österreich zitiert als Beispiel für mehr Souveränität innerhalb der EU? Weil wahrscheinlich der Journalist der Takes Media nicht in Österreich ist nachfragen, was die Österreicher sagen. So haben wir die ganze Impfstrategie anschauen, was die österreichische Regierung macht und wie scharf sie Brüssel angreift und wie Österreich selbstständig unterwegs ist jetzt mit der Impfstoffbeschaffung Stichwort Sputnik und Zusammenarbeit mit Israel und Dänemark habe im Moment das Gefühl dass die Österreicher nicht so scharf sind auf die EU-Solidarität und schlicht wegen den einzelnen Ländern mit viel bringt. Das möchte ja mal die Beistüge sehen. Man fragt was man unter Souveränität versteht. Wenn man die französische Geschichte anschaut, ist der souverän lang der König sein. Wenn man unter Souverän den König versteht, ja Frankreich hat kein König mehr versteht man etwas anderes als wenn man vom Souverän in der Schweiz redet. Souverän in der Schweiz ist das Volk. Man redirekte Demokratie die best ausbaute direkte Demokratie in Europa innerhalb der EU und das tut mir leid. Nein es tut mir nicht leid. Es ist einfach ein Fakt. Es ist nicht kompatibel mit dem Konstrukt EU wo nicht ich habe schon hier an der Ecke gesagt wie Frau von der Leyen gewählt wurde das hat überhaupt nichts mit Demokratie zu tun hatten dass sie Machtspieler von Paris und da muss mir niemand sagen der Souverän in der Schweiz und dass wir Bürgerinnen und Bürger mit unseren politischen Freiheitsrechten Mitbestimmungsrechten gewinnen haben irgendwie etwas gewinnen Nein wir verlieren klar die Regierung Chefbeamte Staatssekretärinnen Staatssekretären die gewinnen Macht Einfluss oder die können fliegen und das dritte und vierte hoch auf Brüssel wichtig tun aber wir gewinnen gar nicht Lukas bist du schon mal in Brüssel gewesen ja schon mehrmals ja wie gross ist dort das Parlament also das Europaparlament heisst das wie viel sitzt dort ungefähr drin also nicht genaue Zahlen die genaue zahl wüsste jetzt nicht aber es sind hunderte also fast tausend nicht ganz tausend 700 und wie und wenn wir ja jetzt ohne enger und ein bisschen weniger gewesen ja wenn wir als Schweiz drinnen wären wie viele wären von uns dort wie viele nasen wären dort sind Deutschland hat etwas über neun Deutschland hat mehr aber es ist begrenzt nachhafen bei 99 das das Maximum was hast in Österreich hat etwa 8 und wir sind etwa gleich gross wie ört wir haben 8 EU Parlament im Parlament 8 versus 800 oder so im Moment sind 705 abgeordnet 705 im Parlament das eigentlich nur ein Veto hat aber nicht viel zu sagen hat und gar nicht selber aktiv etwas vorantreiben oder ein bringen Teilung Partei in Brüssel war mehrmals vor allem habe ich EU-Kritiker und EU-Gegner getroffen von den European Alliance of EU-Kritical Movements und das ist natürlich schon hoch spannend zu sehen wie es in jedem Land eine EU-Kritische Bewegung gibt mit viel Bewunderung auf die Schweiz schaut und den Prozess in England und Gross Britannien mitverfolgt hat die Argumente sind nicht überall gleich die NS-Lande argumentieren wir sind so und so viele Jahrzehnte unter dem Joch von der Sowjetunion jetzt haben Brüssel wo genau gleich viel regiert in Malta haben Angst wegen dem Land der gekauft wird die EU in den skandinavischen Staaten waren sogar lange eher die Linken die gegen die EU waren weil unsere soziale Wohlfahrt ist viel mehr ausgebrannt als das was die EU jetzt durchgibt das zerstört zum Beispiel eine gute Gesundheitsversorgung haben es immer gesagt und dann gibt es natürlich auch die knallharten Souveränisten vor allem in Österreich Polen die sagen wir wollen selbst bestimmen in unserem Land und nicht dass uns irgendwelche Beamten aus Brüssel dreinreden aber der Austausch ist wertvoll auch wir als Schweizer haben viel bringen weil wir zeigen es ist möglich ohne mitglieds die EU im herzen sehr erfolgreich zu dem demokratisch ein Gegenmodell zu der EU in Grossbritannien war es auch die Labour Seite die lange Zeit EU kritisch war das Also es gibt eine Webseite, teameurope.info, glaube ich. Und dort sind etwa 30 Organisationen angeschlossen. Aber das Problem ist natürlich schon, dass das vor allem von der UKIP getragen worden ist. Und vom UKIP-Sekretariat auch im EU-Parlament. Und da die jetzt natürlich nicht mehr in Brüssel sind, ist auch Team Europe nicht mehr gleich stark. Es sind andere Organisationen, wie die Brutsch Group aus England. Die Volksbewegung gegen die EU aus Dänemark ist leider auch aus dem EU-Parlament rausgekehrt. Die haben ihren Sitz verloren und darum sind sie einfach nicht mehr gleich stark wie auch schon. Aber eigentlich aufgrund vom Erfolg, also aufgrund von dem, dass sich England und Grossbritannien aus Dänemark verabschiedet haben. Ja, von Hans-Peter Bernhardt wollen wir nochmal zurück zu unserem Rahmenvertrag und so kommen. Er schreibt, Hans-Peter Bernhardt, Ist jetzt nicht der Zeitpunkt, eine Grossdemonstration gegen den Rahmenvertrag auf dem Bundeshausplatz in Bern anzukündigen? Er meint, man muss natürlich noch ein bisschen warten wegen Corona und so weiter, aber wenn das vorbei ist, ob man das nicht in Angriff nehmen sollte. Als Sofortmassnahme könnte auch eine entsprechende Petition durchgeführt werden. Ist euch das auch schon in Sinn gekommen, im Aundsvorstand? Also von Petitionen halte ich gar nichts. Also wenn eine Petition nicht sehr viele Unterschriften hat, bringt das gar nicht. Ist auch nicht verpflichtend für die Regierung. Sie muss selbst zur Kenntnis. Von Petitionen halte ich nichts. Das Drei-Buch, die Checkliste für eine Kundgebung von Kunstplatz sind parat. Wir haben es im Vorstand besprochen, wir haben schon einen Kernstaat gebildet. Wir wissen, wie das müsste gehen und es ist eigentlich parat. Aber im Moment mit Corona ist es schwierig. Wir wollen ja nicht dann auseinandersetzen. Das überlassen wir im Moment den Krawallbrüder. Aber ich denke, wenn es dann so weit ist, muss das schon passieren. Aber wir sind parat. Wir haben das auch schon bewiesen, dass wir das können. In Denka-Schengen, wo wir dann das Trojanische Pferd auf den Bundesplatz geschleppt haben. Also wir können solche Aktionen. Das können wir. Aber im Moment ist das kein Thema wegen Corona. Wenigstens für mich fühlen wir das andere anders. Ich bin einfach nicht sicher, ob wir es nachhören können in der Stadt Bern. Oder ob wir nicht in eine andere Stadt oder an einen anderen Ort gehen können. Einfach aufgrund von dem, dass einerseits die Polizei in der Stadt Bern faktisch kapituliert hat vor der linksautonomen Szene. Und andererseits einfach die Rittal-Szene derart kriminell und auch gefährlich geworden ist, dass eine friedliche Demo von Demokraten auf dem Bundesplatz heutzutage fast nicht mehr möglich ist. Also man muss nur schauen, ich bin da nicht ein Anhänger von denen, aber der Marsch fürs Leben, wie die angefindet worden sind und angegriffen worden sind. Und die sind dann, glaube ich, auf Zürich ausgewichen. Ausgewichen ist auch nicht viel besser, oder? Ja, ja. Ich möchte noch ein paar Mal den Brexit erwähnen. Noch mal auf England schwenken, zum Nikola, der in London sitzt. Wenn man sucht, wie geht es eigentlich Grossbritannien wirtschaftlich, findet man eigentlich ausschliesslich eine Meinung. Es geht einem schlecht. Es ist ja logisch, wegen dem Brexit, alles geht den Bach ab und so. Wenn man ein bisschen neuer schaut, sieht man, dass halt auch differenziert wird, Corona und so weiter. Und ich möchte dich jetzt fragen, Nikola, also du als Bewohner von Grossbritannien, wie sieht es dir aus deiner Sicht? Was lest du in deinen Zeitungen, in deinen Medien? Was siehst du in den Läden, in der Wirtschaft? Ja, gut, ich bin nicht Ökonom. Und ich meine, die Folge von so einem grossen Entscheid wie dem Brexit kann man natürlich nicht in den ersten zwei, drei Monaten schon abschliessend beurteilen. Und ja, richtig. Ich meine, es ist natürlich eine grosse wirtschaftliche Schwierigkeit jetzt entstanden durch all diese Massnahmen im Einblick auf Corona. Ich kann zwei, drei punktuelle Sachen sagen. Also der US-Chef von JP Morgan hat gemeint, der Brexit, das kann nicht gut rauskommen. Er sieht es negativ. Und er sieht es negativ im Sinn wahrscheinlich Bezug auf London und die Finanzwelt. Aber ja, ich glaube, es sind auch Leute, die schon von vornherein immer negativ gewesen sind. Ich nehme jetzt das nicht nur als Paare-Münze. Airbus, der Chef von Airbus, war auch negativ zum Brexit, er sieht das jetzt aber wieder ein bisschen anders. Die Produktion wird gemäss eben nicht aus Grossbritannien verschwinden. Als er auf das angesprochen worden ist, als er das Interview gegeben hat im Daily Telegraph, als er auf das angesprochen hat, hat er angeblich gelacht und gesagt, nein, 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 natürlich gehen wir nicht aus Grossbritannien raus. Also das ist wieder sehr, sehr positiv. Ich glaube, jetzt habe ich den Namen vergessen, welchen Autohersteller, weil jetzt auch noch keine Werbung machen für ein Auto. Aber da ist auch einer... Nissan. Wie? Nissan. Ich habe jetzt versucht, eben keine Werbung zu machen. Aber gut. Wir sind neutral, wir dürfen das sagen. Ja, ja, gut. Also ich glaube auch, es ist Nissan, die haben ihre Produktion wieder eher steigern, also mehr produzieren in Grossbritannien. Das habe ich auch gehört. Ja, also ich meine eben, die Schreckensnachrichten, die sind einfach alle falsch gewesen. Das haben wir auch schon in unseren Wortwechsel mehrfach jetzt betont. Und das ist nach wie vor so. Also ich habe wirklich keine Shortage, wie heisst das? Ich habe keine Einschränkungen an Lebensmitteln. Es gibt natürlich Schwierigkeiten. Also wir wollen es auch nicht gerade jetzt irgendwie sagen, dass alles rosa ist. Meine Frau ist in einer kleinen Bude, in der Hundefutter verkauft. Und die haben jetzt nicht mehr in die EU und auch nicht mehr in die Schweiz liefern können. Das hat mich noch überrascht, weil ich habe eigentlich gemeint, dass Schweiz und Grossbritannien schon längstens das Abkommen gemacht haben, dass es da keine Probleme gibt, egal wie der Brexit ausfällt. Aber es ist einfach ein grosser Papierkrieg geworden, weil das Essen für die Hunde, das Essen, das noch vor dem 31. Dezember 2020 ganz okay gewesen ist für alle Hunde in der Schweiz und in der EU, ist dann ab dem 1. Januar 2021 nicht mehr genug gut gewesen. Und es sind einfach Formulare jetzt, die wahrscheinlich auch nicht alle Zöllner immer gewusst haben, wie das jetzt genau ausgefüllt werden muss, es ist jetzt einfach irgendwie zu bürokratisch geworden. Aber wenn dieser Zustand noch aktuell herrscht, dann könnte ich dir die Telefonnummer von einer St. Galler Firma geben, die aktuell sich kaum halten kann vor Aufträgen aufgrund des Brexit. Weil die sind es sich natürlich schon lange gewöhnt. Also die sind im Versandhandel tätig und z.B. für Firmen, die von Deutschland in die Schweiz liefern wollen, das ganze Zoll und so abwickeln. Und die haben jetzt ganz viele Aufträge erhalten von Firmen, die entweder auf England liefern oder von Großbritannien oder von Großbritannien wollen die EU liefern, weil dort jetzt halt die gleichen Zollformulare und Formalitäten notwendig sind, wie es die Schweiz schon lange kennt. Und das ist jetzt Schweizer Know-how, das quasi exportiert wird in Sachen Bürokratieabwicklung. Wir wollen uns ja jetzt über den Wortwechsel nicht unbedingt wirtschaftlich helfen, aber man kann... Nein, nein, aber es ist ja schön, wenn die Schweiz profitiert, oder? Nein, aber es ist in der Ordnung. Aber ich glaube, das weist eben auch darauf hin, dass es jetzt Firmen gibt, die das eben sehr gut wissen und dort auch ein bisschen profitieren können. Da habe ich jetzt auch nichts dagegen. Aber es weist vielleicht eben ein bisschen darauf hin, dass es ein bisschen mehr Papierkrieg geworden ist. Eben, ich habe es am Anfang gesagt, in den ersten paar Monaten nach so einem Entscheiden kann man nicht abschliessende Kommentare machen. Und das sind vielleicht jetzt gerade ein bisschen Kinderkrankheiten gewesen am Anfang. Und die Firma hat sicher noch andere Gründe gehabt, warum sie es dann irgendwie mal nicht mehr weiterziehen wollte. Also es ist sicher auch nicht alles nur Brexit gewesen. Aber ich wollte einfach ein bisschen aus dem Nähekästchen erzählen, was ich so höre, was so läuft. Aber nein, ich habe jetzt wirklich nie den Eindruck bekommen, dass der Brexit ein grosses Problem würde für uns. Da sind die Reiseverbote wegen Corona die grösseren Probleme im Moment, ist mein Eindruck. Am Schluss ist der Brexit ja einfach mehr Unabhängigkeit und mehr Macht, also quasi mehr Mittel, Möglichkeiten für die Wirtschaft und auch für die Politik im UK. Und was sie daraus machen, das wird sich zeigen. Ich meine, du kannst auch schlechtere Politik machen aus dem, aber ich glaube, es ist nicht so schwierig, um bessere Politik zu machen als sie in Brüssel. Und darum langfristig, glaube ich, wird sich das positiv auswirken. Ja, ja, gut. Also ich habe jetzt nicht wollen, irgendwie da Pessimismus verbreiten. Ich bin einverstanden. Ich denke, es ist der bessere Weg für Grossbritannien. Journalisten, die schwarzmalen, sollen einfach noch ein bisschen gedulden und noch ein bisschen warten, bevor sie ihre nächsten Artikel schreiben. Ja, ich meine einfach nicht ganz genau, woher die Schwarzmalerei auch immer kommt. Und wir haben jetzt nicht Zeit, um auch nochmal über das Thema Nordirland zu reden, aber das ist auch so Brexit-relevant, ein schwieriges Thema. Und ich lese da sehr viel, was über Nordirland und die Problematik erzählt wird. Und es tut mir leid, wenn ich jetzt irgendwie jemandem auf die Füße stehe von der Journalistenzunft. Aber ich lese einfach sehr häufig Kommentare, wo ich den Eindruck habe, man hat zum Beispiel Nordirland einfach den 30-seitigen Karfreitagsabkommen oder Belfastabkommen einfach schlichtweg nicht gelesen. Da werden Sachen erzählt, da kann ich nicht mehr nachvollziehen. Und ich weiss halt manchmal wirklich nicht, ob da viele halt, ich weiss es nicht, halt aus dem Tagesgeschäft raus vielleicht nicht Zeit haben, und alles genau anzuschauen und da so ein paar negative Fakten, die dann halt aufkommen, zu stark aufnehmen. Aber gibt es überhaupt noch Korrespondenten in Nordirland? Ich habe irgendwie das Gefühl, die schreiben vielleicht aus London oder aus Dublin im besten Fall noch. Ja, aber wirklich vor Ort gibt es kaum mehr Journalisten im deutschsprachigen Raum. Ja, das kann sein, ja. Ja, das kann gut sein. Er bleibt nur noch zu abschreiben, oder? Ja, er bleibt einfach zu schreiben, wie es gerade passt, oder? Werner, du hast ein Gruß vom General Giza hinter dir. Warum? Gestern 7. April 1960 ist der General Giza gestorben, also vor 61 Jahren. Das hat mich dazu bewogen, auch wenn ich in Gefahr laufe. Das heisst, jeder ist wieder typisch alles, hat den Giza aufhängen, Betongrinde, Redwig. Ich dachte, ich stelle den heute auf, es hat mir auch die Anlass gegeben, Geschichtsbücher zu schauen und bewusst zu werden, in welcher Situation die Schweiz war, wenn man es vergleicht mit der Corona-Betrohung. Und das ist mir schon noch so ein bisschen eingefahren. Also wenn man Hungerängste hat, was die Aktivdienstgeneration gehabt hat, wenn man das Spiel in den Heimen gespielt hat, das ist eine Frage gewesen, wann ist der Böge in die Zürichsee gekommen? Die Lösung war, während des Krieges, als man auf dem Berwigplatz Ackerbau betrieben hat, hat man den Böge in den See runtergegangen und er ist irgendwie wegen dem Wind runtergegangen. Also man hat dort, wo der Böge schluss verbrannt wird, dort vor der Oper hat man Kettöpfe angeholt, mit Hungersängst. Man hat das Terrorregime gehabt, das Millionen von Leuten umgebracht hat, man hat eine hochgerüstete Armee an der Grenze gehabt. Unsere Armee war nicht gut gerüstet. Und dieser Mann hier im Hintergrund hat es fertig gebracht, das Vertrauen in die Behörden wiederhergestellt. Er hat das hergebrannt. Und es sind Tausende von Schweizer Mannen dann zumal an die Grenze geschlossen. Das waren nicht alle im Redwig, stimmt nicht? Sie sind an der Grenze gehockt und haben gewusst, dass ein hochgerüsteter Gegner kam. Todesangst. Die Frauen in den Heimen in die Wirtschaft geschlägt. Und dieser Mann hat das fertig gebracht. Und er hat schon manchmal geschrieben, solche Social Media Posts. Eigentlich bräuchte mir in der heutigen Zeit unbedingt den Corona-General umschlagen eines Gesamt. Und ich denke, das Vertrauen in die Behörden ist nicht mehr so gross. Also wenn ich es bei mir nicht mehr so weiss, also wenn ich die BAG keine Frauen anschauen soll, sonst ist es nicht gegen Frauen. Wenn ich mir sonst böse mehr schicke, ist es mir egal. Oder da habe ich das Vertrauen nicht mehr so. Darum habe ich nicht heute aufgehängt. Also aufgehängt. Aufgestellt. Entschuldigung. Es tut immer ein bisschen gut dran für uns Schweizer. Und da sind wir schwach. Wir sollten immer ein bisschen unsere Geschichte zurück schauen. Ein bisschen schauen, was in der Geschichte der Schweiz passiert ist. Und dann gehen einem vielleicht die Lichter raus. Und es ist manchmal erschreckend, wie widerstandslos, dass wir geworden sind. Nochmal, Aktiv-Dienstzeit. Eine sehr schwierige Zeit für das Land und die Bevölkerung. Oder ich finde da ganz einen guten und spannenden Vergleich. Meine Grossväter sind beide an der Grenze gestanden. Mehrere Jahre von ihrem Leben. Wahrscheinlich in dem Alter, wo jetzt die Jungen sind, die da in St. Gallen gehen, randalieren. Und die haben den Dienst im Land gebracht. Und die haben gewusst, wenn die Deutschen kommen, dann leben wir nachher nicht mehr. Weil die sind wirklich an der Franke, direkt am Rhein. Und das ist schon ein ganz anderer Einsatz für das Land. Und das ist ein anderes Verständnis vom Land. Und die Frauen waren zu Hause und haben zwei Weihnachten lang ihre Männer nicht gesehen. Und auch sonst kaum je gesehen. In dieser Zeit. Und man hat das gemacht für das Land. Aus Patriotismus. Aus Überzeugung auch. Und heute, ich weiss nicht, ob man heute in dieser Situation wäre, ob die Jungen nicht nach drei, vier Monaten durch die Armee rauslaufen würden. Und sagen, wir gehen jetzt demonstrieren, wir wollen wieder unsere Jugend. Ich weiss es nicht. Ich habe ein Verständnis heute über die Situation. Aber ich glaube schon, es ist damals heftiger gewesen als heute. Aber es braucht auch das Vertrauen, oder? Ja, ich verstand es. Wenn du in dieser Seite brauchst, musst du Vertrauen können schaffen. Verstand. In Hochwasser, oder in lokalen. Du musst Vertrauen schaffen. Wenn die Leute nicht mehr zu Vertrauen haben in die Behörden, dann wird es schwierig. Und ja, ich stelle schon fest, dass jetzt plötzlich Leute, die lange besonnen waren und Verständnis für den Bundesrat hatten, so werden jetzt ungeduldig. Und man hat einfach kein Vertrauen mehr. Und das hat ja mit der Maske-Lug angefangen. Jetzt hat es mega genug Impfstoff. Dann hat man es wieder zu wenig Impfstoff. Dann sagt man wieder, man nimmt die Zahlen beim Corona. Dann nimmt man wieder nicht die Zahlen. Und es ist einfach so eine Unsicherheit. Und das schafft Misstrauen. Und dann hat man das Gefühl, das braucht es einfach wirklich. Herr Berset wird nie ein Corona-General sein. Also es gibt ja Leute, wo der, Jesus Gott, der ist ein super Berset. Der wird heroisiert. Der Koch, ja. Also nein. Also geht ein bisschen Geschichtsbücher über nachlesen, was die Generation geleistet hat und was der Mann geleistet hat. Also für den Berset oder den DAG-Beamten würde ich also nicht mein Leben geben. Aber für den Giza hätte ich es gemacht. Ich hätte auch nicht. Ganz sicher. Vielen Dank. Sie können eine bestimmte Zeit in der Schweiz hergestellt werden. Und 20 Minuten hat das aufgenommen. Dann hat es dann zwar gesagt, Downs soll eine Impfinitiative starten. Wobei die Impfstoffproduktion nur ein Bestandteil der Selbstversorgung ist. Aber wenn man da gewusst hat, dass er in der kürzesten Zeit bei der Umfrage 4'000 Leute kamen, die mitgemacht haben. Und über 80% haben das cool gefunden, dass Downs eine Initiative plant. Dass die Schweiz wieder gewisse lebensnotwendige Güter autark selber herstellt. Es geht nicht um eine totale Unabhängigkeit. Das war die Schweiz nie. Das war im Zweiten Weltkrieg nicht. Aber einfach, dass man gewisse Masken, lebensrichtige Medikamente, Schutzausrüstung und, und, und. Und man kann eine bestimmte Zeit selber herstellen. Also ich glaube, das war eine gute Sache von Downs. Wenn ich vielleicht noch ein anderes Highlight darf sagen. Ihr erinnert, vor fünf Jahren haben wir Frau Dr. Frauke Peter eingeladen, die Mitgliederversammlung. Sie war dann AfD-Präsidentin von Deutschland. Wir mussten von Bern auf Jungfraupark das Mattenbindel abzügeln, weil der schwarze Blocke uns dann droht. Das sind es den fünf Jahren. Und ich habe mit ihr Kontakt aufgenommen. Sie erinnert sich bestens. Und sie sind immer noch Bundestagsabgeordnete. Ich habe aber nicht mehr verkauft. Sie hat dann selber eine Partei gemacht. Sie hat dann ein bisschen schildern können, wie es in Deutschland abgeht. Da sind wir, glaube ich, in der Schweiz schon noch besser dran. Auch in der Meinungswissenschaftsfreiheit. Also wenn man in Deutschland etwas gegen Corona sagt, dann wirst du gerade medial eliminiert, ingerichtet. Und das war ein interessantes Gespräch. Und sie hat es bereits erklärt, für uns als ständige Kolumnistin zu schreiben. Freut mich noch, weil Frau Peter ist eine sehr wirtschaftsliberale Person. Und sie hat immer gesagt, Deutschland brauche ich mehr Speiz. Und das ist jetzt den fünf Jahren her, dass sie bei uns war. So zum Thema Meinungswissenschaftsfreiheit. Sie findet die Trade of YouTube, die lohnt sich auch jetzt noch, zum sie anschauen. Ich gehe nur zum Anschauen. Also ja, ja. Das ist zu hören, meine ich. Ja, nein. Wir sehen, wenn sie sagen, Deutschland braucht mehr Schweiz, dann müssen wir uns bewusst sein, was die Schweiz eben ist und was den Wert von dieser Schweiz ausmacht. Und dass der nicht selbstverständlich ist. Und das ist uns wichtig, dass wir mit dem Wortwechsel immer genau darauf herweisen können. Es ist nicht selbstverständlich, wie wir in der Schweiz leben dürfen. Und es kann uns nicht egal sein, weil es uns entgleitet, sonst haben wir es plötzlich nicht mehr mit den Fingern. Und ich möchte das so ein bisschen als Schlusswort durchgeben. Ich danke euch, seid ihr dabei gewesen, liebe Gäste. Merci vielmals, Werner Gartenmann, Nicola Sitta, Lukas Reimann, seid ihr dabei gewesen. Ich sehe, hinter die Fahnen, hinter dem Werner Hauptschweiz, Rahmenabkommen, nein. Da haben wir übrigens in der Landessprache in unserem Shop, könnt ihr die Fahnen bestellen. Ich will da auch eine, das fehlt mir. Ah, da haben wir noch eine solle Fahne. Ja, genau. Genau. Es ist wichtig, dass wir aktuell bleiben, unsere Sinnschärfe, Argumente bereit haben und wir müssen einfach nach Hause treten, unsere Stimme erheben. Weil die anderen sind wahrscheinlich weniger, aber sie schreien irgendwie eben recht laut. Und wir sollten auch. Wir bleiben dran in AUNS. Der nächste Wortwechsel ist in zwei Wochen, am Donnerstag, 22. April, 17.30 Uhr. An eurem Bildschirm, wir werden dann auch bekannt geben, wer da mitmacht. Der Wortwechsel hier ist ab heute Abend, etwa am 9 Uhr, online auf der Website von AUNS, zum Anschauen, parat. Und ich wünsche euch jetzt allen einen guten Abschluss von dieser Woche. Also wir haben noch den Tag vor uns, aber nachher einen guten Abschluss. Schön, dass ihr da seid und es geht wieder mit euch. Merci, Tom. Adieu. Merci. Merci.